hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play control wir sind kurz davor ok wir müssen links und wir sind ganz recht ok mal schauen ob wir kurz möglich kurz davor sind zum steilen brot zu kommen der stich ist schon es geht halt durch alles durch das schon ein bisschen bruttel gut um welche ich glaube ohne den stich hätten wir letztes mal auch sehr große schwierigkeiten gehabt mit dem background query und da drüben ist control ne weil ja gegen das monster hätten wir wahrscheinlich sehr große schwierigkeiten gehabt auch neu ach hier sind wir nee ach so war ich dachte wir müssen jetzt wieder komplett außenrum das hätte ich jetzt semi geil gefunden da möchte ich immer sehr gespannt hier ist wieder ein aufzug wir sind jetzt bei query okay genau er genau jetzt haben wir nämlich jetzt haben wir nämlich die fünfer äh karte so ja und das brauchen müssen wir eigentlich jetzt nicht machen mal schauen auf hier durch mal schauen auf hier durch easy die machen ja gerade die machen ja gerade na alles klar waffenmodifikation schmetterer jetzt noch mal stich ziel schub dann gibt es hier noch schmetter geschoss der nsc wurde im auftrag der des stellvertretenden leiters trench entwickelt kurz bevor er direktor wurde die behälter bieten eine sichere methode überschüssige energie von zu gewinnen während es eine humane methode ist ihn unterzubringen die kühle mit der kühlmittel pumpen der kühlmittel pumpen die kühlmittel pumpen verhindern dass der gerät der gerät und seine überhitzen während die energie abgesorgt wird die energie wird dann in transformatoren geleitet diese unter einsatz der turbine generation generatoren in eine wandelt der generierte strom versorgt die gesamte behörde wodurch die komplette autark wodurch wir komplett autark und im netz von new york nahezu unsichtbar sind nach verschwinden von nsc 01 durch eine manifestation manifestation der kraft von wurde der insasse gefesselt und ein zweites modell eingebaut nsc 02 verfügt über eingebaute raumanker die so kommt konzipiert sind dass sie von trans lukatriebe wirkung auf den was die haben jetzt ein insassen und da daraus bitte ich jetzt daraus gewinnen sie da energie oder was nee das war natürlich war das der den wir vorhin gesehen haben also ganz ganz vor paar folgen der so eine so ein roten raum gefesselt war und der die ganze zeit so gezittert hat und quasi ausgesorgt wurde hallo da unten auf jeden fall super heftig ich bin eigentlich bin gestolpert so ok ok mit nase juckt da sind schelter hier ist der aufzug schon mal im shelter maximal sechs personen sechs personen und hier sind die betten selten erstklassig absolut energie plus 19 das kann können wir noch nicht oder hatte mal das können wir noch nicht genau das ist energie plus 11 und das ist ja plus 19 gut dann wenn wir das andere dann sobald wir den freien slot oder den neuen slot der aufzug ist kaputt war super ich muss auf die alten modische art darunter springen gibt es hier etwa sie meinte jetzt schon ja sie meinte springen gut Das ist also die altmodische Art. So, hier ist wieder, warte mal, so, ah, interessante Treffen. So, da drehen wir es jetzt nach neunen weiteren Röhren. Da unten leuchtet wieder was. Ja, einfach runter. Hier kann ich nicht ranken? Gut. Und dann zur nächsten. Entschuldigung. Oh, geil. Okay, das ist richtig, richtig nice. Das ist richtig cool, dass das Aluminium da dann fast oder angeduldet wird. Richtig cool. Details, Freunde, Details. Cool, das feiere ich gerade voll. Gut. Gibt es hier noch so ein Zwischending? Ja, hier. Äh. Der Schrank. Hier. Super. Ah, scheiße. Ja, komm. Ja, komm. Ei. Ja, okay. Mit den Skills habe ich mich jetzt ein bisschen... verdrückt. So, gesäubert. Gesäubert. Gesäubert und klar. Super. Sehr schön. Jetzt geht auch der Aufzug wieder. Ähm. Genau. Ich wollte schauen, ob wir hier, ähm, wie wir uns, äh, aufwerten können. Ähm. 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 Dass wir gerne quasi, ähm, hier einen weiteren Punkt bekommen. Hier einen weiteren Punkt bekommen. Hm. Zum Freischalten aufwerten. Das heißt dann, Austral-Werkstatt-Modifikation, äh, verdeckte Persönliche, äh, verdeckte Persönliche, äh, ungewöhnlich. Okay. So, dann habe ich einmal aufgewertet. Genau. Ups. Können wir aber noch nicht. Gut, äh, genau. Aufzug geht wieder. Ist sonst noch hier irgendwas? Egal. Eine Kiste. Ähm. Scheint, äh, nicht so zu sein. Und jetzt kommen wir zum Schwarzstein. Steinbruch. Oh. 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 Hey. Oh. Oh. Ja. Oh. Das ist eine gute Idee. Das war auch lustig. So, funktioniert ja ganz gut. So. die der dreh ist wirklich wirklich nur komplett für nahe kommt aber dafür so im nahe kommt wahrscheinlich richtig so schon mal hier und da ich hatte hier ich schaue mir mal alles an okay ist schon cool hier ich will hier rein das hat viel gebracht hier dann gehen wir mal hier entlang mitten auf dem stein ist schriftverkehr okay wir brauchen so schnell wie möglich neue diamant trennscheiben etwas mit gleichmäßigen rand um den sauberen schnitt zu bekommen den die forschungsabteilung will aber diese schwarz stein zeugs ist hart wir verbrauchen um die trennscheiben in einem tempo da kommt man mit den austausch gar nicht mehr hinterher die maße für die stein in die schwarz stein blöcke die sie wollen sind empörend für den ärger den sie mir verursachen sollten diese verfluchten brand schneideisen brand schneisen brand schneisen besser wie an besser wie am schnellchen funktionieren verdoppeln verdoppel besser die bestellung okay es ist schon sehr spät gut es geht nach unten und nach oben wo wo ist das ding jetzt hin ihr wo haben es wir haben das da ja ihr ihr Ah, da ist es. Wie, äh, wie würdet ihr meinen, dass ich nur jetzt anfangen. Hm, na gut. Okay, ich hab kein... Ah, jetzt bin ich hier. Und ich komm hier nicht weg. Ich bin hier nicht weg. Es ist doch tot, dass ich sie nicht gesehen habe. Verdruck. Nein! Ach, come on, ich springe immer zu früh. Ah, okay. Dieses Jump Ding, das kann ich nie. Nein, 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 nein. Gut, ich bin safe. Übrigens, warum fliegen die Steine? Ah, okay. Okay, geil. Wow, das habe ich nicht erwartet. Ja, so nach dem Trailer habe ich es erwartet. Aber, äh, so nix. Ah, okay. So geht das. Wo geht's da hin? Einfach zu so'n Raum. Öster Kasse. Okay. Und hier fliegen einfach paar Steine rum, ne? Okay. Das ist mal richtig verrückt. Krass. Wie geht's wieder? Alter, wie das aussieht. Nice. Nice, nice, nice. Ich, äh, gehe mal hier kurz hier hoch und schaue. Ah, hier geht's zum Beispiel raus. Genau. Power Plant. Und hier geht's wieder was zum Schnacken. Grauverbot. Ähm, wir möchten allen Mitarbeiter daran erinnern, dass es untersagt ist, im Steinbruch zu rauchen. Obwohl es sich beim Steinbruch eigentlich um ein Außengelände handelt, ist es trotzdem Teil der Behörde, weshalb das Rauchverbot gilt. Es zeugt nicht, ähm, es zeugt nicht nur von, Entschuldigung, von Rücksicht, dass sie ihren Mitarbeitern nicht der Gefahr des Passivrauchens aussetzen. Es ist zu dem auch klug ist. Es ist zu dem auch klug, jegliches Risiko von Grasbrand nicht vorher gesehene Grenzbereichreaktionen und möglichen Entstehen von gewandelten Objekten zu vermeiden. Unter keinen Umständen dürfen Zigarettenstummel im Steinbruch zurückgelassen werden. Oh, ich bin an, hier. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ja. Dann klettern wir mal hier hoch. Oh, kleine Abkürzung. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht nicht. Vielleicht nicht. Oh Gott. Äh, okay. Einfach mal, weil man es kann. Warte, was war da unten? Ah, okay. Echt, ich weiß ja, wir müssen höchstwahrscheinlich da rüber. Aktiviere den Sprengstoff, um das schwarze Steinprisma auszugraben. Okay. Okay. Alter, wie das aussieht hier. Oh! 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 Oh, jetzt habe ich was geweckt. Ah, warte. Ja. 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 Oh ja, oh ja. Das ist ganz praktisch, dass er halt die Mechinen interessiert hat. Aber unpraktisch. Das, ähm. Das da hinten so ein Heiler-Ding ist. Die können nicht eh was, äh, durchmachen. Alter, was machen die da unten? Sehr gut. So. Wo ist denn die, meine kleine Schiffreiheit? Der Haltgranate wäre jetzt gut. Was blöde ist, ähm. Wenn ich jetzt runterfalle, bin ich tot. Ähm. Na gut. Boah, da ist ja jemand. Boah. Schocken. Boah. Das war, äh, ein bisschen. Oööö. gut also ich würde sagen nachdem er tollen kreisch gekreift wenn wir mal los machen danke fürs zuschauen ich hoffe euch hat es gefallen und ja nächstes mal werden wir das ganze hier sprengen danke ja habe ich schon gesagt bis dann bei ja